Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu O-News, powered by StockX. O-News ist euer Snackable-Podcast-Format von O-Schuhn am Freitagmorgen mit allen Infos zu den wichtigsten Sneaker- und Streetwear-Releases der Woche und dem Rückblick auf die vergangenen sieben Tage. Mein Name ist Amadeus Thüner und ich habe für euch die wichtigsten Infos der aktuellen Spielzeit heute am 28. Juli 2023. Und unter anderem sprechen wir heute über eine ganz besondere Adidas-Colab, einen ungeahnten Erfolg von Yeezy, 10 Jahre Places and Faces und die Aliens sind gelandet. Zuerst starten wir aber wie gewohnt mit der vergangenen Woche. Folgende Releases gab es. Nike MX1 Clear Jade, Nike MX1 Chili 2.0, Nike MX1 Fuchsia Dream, Nike MX1 Puerto Rico, Nike Air Jordan 1 Low UNC2 Chicago, Nike Air Jordan 1 High UNC Toe, Nike Mac Attack White Red, Nike Shox MR4 und Martino Rose, Adidas Torsion Super und Ant, Diadora B560 und A Few Dino Russo, Mephisto Rainbow und Putter, Mercer Amsterdam Rerun Max, DC DCV87, 032C und Juventus und Undefeated mit dem Birmingham City FC. Kommen wir zur nächsten Woche. Was gibt's heute? Morgen und in den nächsten sieben Tagen an Releases. Let's check. Der Black Toe ist einer der meistgefeierten OG Colorways auf dem Air Jordan 1 High. Nun erscheint das schwarz-rot-weiße Colorblocking auch auf einem Air Jordan 1 Low und es macht sogar fast den Anschein, als wäre die Qualität und Beschaffenheit gar nicht so verkehrt. Das Hoch rund um den Low scheint zwar etwas abgeflacht zu sein, vielleicht hat auch der einbrechende Hype rund um den Nike Dunk etwas mitgeholfen, dass hier weniger laut geklatscht wird, als es noch im letzten Jahr der Fall gewesen wäre. Aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und getragen werden soll, was Spaß macht. Wenn man also Spaß am Black Toe Low hat, er erscheint heute, wobei er, stand jetzt, noch in der Sneakers-App für den 4. August gelistet ist. Also entweder werden die Shops verschieben oder die Sneakers-App updated oder jeder macht, was er will. Wäre ja auch nicht das erste Mal. Ganz genau weiß man erst, was man bekommt, wenn man die Box öffnet. Diese von Trading Cards inspirierte Idee haben Ronny Feig und Keith für ihre Essex-Colab zum 60. Geburtstag von Marvel's X-Men ausgepackt. Sieben Colorways sind es insgesamt. Wird spannend zu sehen, wer sich alle sieben zusammensammelt. Schließlich ist nicht nur die Jagd eine herausfordernde, sondern die Colorways jeweils auch nochmal sehr limitiert. So oder so viel Glück, das Raffle endet heute. Von New Balance erscheint dann an diesem Tag die Collet mit Stone Island und dem Tokyo-Design-Studio auf dem Fuel Cell C1. Kommt einmal in hellem beige und einmal in braun mit lila. Da steckt natürlich recht viel Technik drin, ist die Base ein Running Show im Update. Dennoch ist der Style durchaus auch abseits des Laufsports interessant. Aber mehr dazu am Sonntag in Oshun Podcast Episode 137. Zehn Jahre gibt es die britische Streetwear-Brand Places & Faces nun schon bereits und unbestritten ist sicherlich, dass sie einige Türen für einige Brands nach ihnen geöffnet hat. Zur Feier gibt es ab heute eine Capsule Collection, bestehend aus Jerseys, Sweatpants, Hoodies, Crop-Tops, Westenrücken und was man sonst nicht noch alles braucht. Shoutout für zehn Jahre im Game. Step into a time machine and transport yourself back to the early 2000s, a golden era of cool vintage finds and hidden treasures, a thriftous paradise. So eröffnet Amsterdam's Finest Putter ihre Fall Winter 2023 Collection, die heute ihren ersten Release hat. Mit dabei Wollmuster, Flanel und die gewohnte 90er Jahre Hip-Hop-Ästhetik. Und die neuen Nocta-Styles von Draco Nike gibt es ebenfalls heute noch zu holen. Wir bleiben beim Thema Hip-Hop. Dies ist auch die Inspiration hinter der Adidas Colab namens The Collective. Dieses besteht aus Julia Scheurer aka Sneaker Queen, Dutch OG Tommy Trigger, Scott Frederick von Defy New York und Anypunk. Gemeinsam haben die vier Sneakerheads an einem Rivalry 86 Low und einem Conductor High gearbeitet. Zitat vom Partner Overkill. Die beiden genannten Modelle stammen ursprünglich aus der Zusammenarbeit von Adidas mit dem ehemaligen NBA-Superstar der New York Knicks Patrick Ewing, der von 1986 bis 1989 bei Adidas unter Vertrag stand. Der Conductor war damals das Premium-Produkt im Basketballbereich. Bis heute, zum 50-jährigen Jubiläum von Hip-Hop, gibt es nur wenige Schuhe, die solch einen Einfluss hatten wie der Conductor und der Rivalry. Dieses Pack ist eine Hommage an die Ära der exotischen Materialien und des Glanzes der ersten Dekade des Hip-Hops. Das Obermaterial des Rivalry ist größtenteils aus weichem Glattleder, die Toebox und die Zunge sind jedoch aus feinem Wildleder. Der Moustache auf der Toebox, die drei Streifen und das Heel-Tab zeigen italienisches Schlangenleder-Imitat. Goldene Akzente an der Schnürung sowie eine dem NYC-Subway-Token nachempfundene Keychain runden den Rivalry ab. Farblich ist der Conductor High eine Anspielung auf die NBA-Saisons 1979 bis 1983, in denen die New York Knicks erstmalig ihre Mannschaftsfarben änderten, von Blue Orange zum Midnight Navy Maroon. Das Obermaterial des Conductors ist aus weißem Nabenleder. Rund um den Collar wurde erneut italienisches Schlangenleder-Imitat verwendet. Die drei Streifen passen farblich und materialtechnisch zu dem Overlay auf der Toebox. Sie kommen im leichthaarigen Tastel Suede, besonders Augenmerk gilt im Zungenlabel. Es wurde in Anlehnung an 80er Jahre Eintrittskarten für die New York Knicks designt. Zusätzliche Details dieses Schuhs sind wiederum die vom NYC-Subway-Token inspirierte Keychain, drei Paar Schnürsenkel, ein speziell für dieses limitierte Pack designtes und dem Original nachempfundenes Tissue Paper. So, das kann man jetzt getrost als gutes Storytelling bezeichnen. In der letzten Folge O-News hatte Tommy Trigger ja schon bereits ein wenig zum Pack zu erzählen gehabt. Offiziell erscheinen beide Sneaker am Samstag, allerdings gibt es heute einen exklusiven Release im Rahmen eines Events bei Overkill in Berlin. Dazu wurden weitere Goodies produziert, die die ersten mit eintüten können. Wer Lust hat, um 17 Uhr geht's los und natürlich werden auch wir vor Ort sein. Mehr dazu dann also zu späterer Stunde auch auf unseren Kanälen. Wer also heute zum Adidas Release nicht in Berlin sein kann, der hat morgen die Möglichkeit, diese aber auch zum Kauf des Nike Air John 3 Palomino. Der liegt bei 209,99 Euro und ist mit seinen hellen Brauntönen tatsächlich nah am Palomino, also einer genetischen Farbe bei Pferden, die aus einem goldenen Fell und einer weißen Mähne und einem weißen Schweif besteht. Ja, wenigstens der Nickname passt. Ebenfalls morgen erscheint der Nike Dunk Low What The Clot und damit die Zusammenstellung einiger der bekanntesten Clot-Nike-Collabs der letzten 20 Jahre. Das bedeutet natürlich See-Through-Toebox und Orange, Braun und Blau. Stand jetzt haben wir noch keinen europäischen Retailer gesehen, der den Schuh im Coming Soon hat. Eventuell muss man hier noch ein wenig warten oder ansonsten auf den Zweitmarkt gehen. Sollte es der Abschluss in der Zusammenarbeit zwischen Clot und Nike sein, werden ja bereits an dieser Stelle über das Gerücht eines Wechsels hin zu Adidas gesprochen, so wäre es aus meiner Sicht auf jeden Fall ein guter. Auch wenn das beste What The-Konzept natürlich einem anderen Sneaker gehört. Ihr wisst natürlich, welch ich nicht meine. Ich habe nicht nachgezählt, der wievielte Bad Bunny Adidas Campus das jetzt ist, aber anscheinend läuft's ganz gut. Daher gibt es morgen den Chalky Brown in gewohnter Stilistik. Dienstag erscheint die Colab zwischen den Südkoreanern von Ada Aror und Converse. Blau wird's auf dem Chuck 70 Low, weiß auf dem High. Beide kommen dann vom Look her distressed mit Farbtupfern und Strichen gezeichnet und vermitteln das Bild, als hätte man die Styles bei der Arbeit im Atelier getragen. Passt aber auch recht gut zur Brand, diese Stilistik. Mittwoch folgen dann zwei New Balance 1906D. Der eine in All White, der andere in All Black. Donnerstag droppt ein neues Nike SB dann Glow Pack. Die komplett aus Wildleder gefertigten Schuhe kommen entweder in Orange und Blau oder Rot und einem Spritzer Grün. Inspiriert sein sollen die beiden Styles vom Japanese Dictionary of Color Combinations. Und ebenfalls am Donnerstag erscheint dann die nächste Arma Manier Colab, dieses Mal auf dem Nike Airship. Und dabei haben es James Whittner und Team recht easy gehalten. Weiße Base, schwarzer Swoosh, schwarzer Backtab, links davon mit Logo, Aged Mid-Soul. Ob die Colab einen europäischen Release bekommt, ist Stand jetzt leider fraglich bis unwahrscheinlich. Kommen wir zum Fave Cop der Woche. Da sage ich, gut was los diese Woche? Na schauen wir mal, was es wird. Werbung und solltet ihr bei eurem Fave Cop der Woche kein W ziehen, kein Problem, checkt einfach StockX. Die haben euren Pick auf jeden Fall schon gelistet und regeln die Nummer unkompliziert. Werbung Ende. In other news. First look. Panda. Panda, Panda. So sehr wie Kanye West-Zöckling-Designer in Vergessenheit geraten ist, so sehr möchte doch der eine oder andere dasselbige auch mit dem Panda Dank. Bevor das der Fall sein kann und vielleicht auch wird, bringt Nike nach dem Panda low und high jetzt erstmal noch den Panda mit Dank. Und wie es sich für Dank mits gehört, attestiere ich dem Schuh bereits jetzt einen Platz im Sale. Muss aber natürlich jeder für sich selbst wissen, das ist ja klar. Ähnlich wird es sich sicherlich aber auch mit einigen der anstehenden 598 Colorways auf dem Dank low und high verhalten, die bereits für die nächsten Wochen angekündigt sind. Also wenn jemand noch keinen Dank hat, dann ist das auf jeden Fall nicht mehr die Schuld des Marktes. So dann und wann gibt es dennoch auch hier ein Highlight, zum Beispiel der nun angekündigte Purple Ink. Schwarze Mid-Soul, schwarze Panels auf Mitte und Toebox, der Rest in dunklem Lila, der sollte den ein oder anderen Fan finden. Ein Release-Date gibt es noch nicht, aber nicht, aber allzu lange sollte es nicht mehr dauern. Auch beim Thema MX One hat Nike die Taktung ordentlich angezogen. Next in line, ein weiterer aus dem Athletic Department Konzept. Weiße Mesh-Toebox, dunkelblaues Nubuk und ein Mini-Swoosh in Türkis. Ein ordentlicher Look, der bald erscheinen sollte. Thema Musik-Collapse. Die US-amerikanische Alternative Rock Band Fallout Boy soll ihren eigenen Adidas-Sneaker bekommen. Erst Korn, jetzt FOB. Diese drei Buchstaben ziehen dann übrigens auf die Ferse, dass Adidas Stan Smith Volk mit hellem Upper und blauem Stripe sowie Details unter anderem einem weiteren Fallout-Boy-Schriftzug auf dem oberen Teil entlang des Einstiegs. Wann genau der Show erscheint und ob dieser eventuell doch nur ein Friends & Family Release sein wird, das bleibt abzuwarten. Laut Financial Times soll Adidas mit ihrem Yeezy-Restock im Mai satte 500 Millionen plus US-Dollar umgesetzt haben. Das soll wohl selbst die Erwartungen der Adidas-Chefetage übertroffen haben. Hoffen wir mal, dass diese nicht vergessen hat, dass sie vor den Einnahmen auch noch ein bisschen was spenden wollte. Und vorerst kein Travis Scott-Konzert bei den Pyramiden. Es gebe organisationstechnische Probleme, so seine Booking-Agentur und der Rapper in einem Statement. Scheiße für den Typen, der für die Nummer extra sein Haus verkauft hat. Hoffentlich kriegt er das schnell zurück geresellt. Und die besten Songs gibt's natürlich wie immer in unserer frisch geupdateten Spotify-Playlist High-Fives & Stage-Dives. Diese und weitere Playlists findet ihr auf meinem Profil unter Amadeus Amatüner. Einfach nach meinem Namen suchen, reinfolgen und viel Spaß damit. Die Frage der Woche. Jede Woche stellen wir euch die Frage der Woche, dieses Mal powered by Devshop. Und unter allen Einsendungen per Instagram DM verlosen wir am Ende dieses Monats einen Gutschein im Wert von 250 Euro bei Devshop. Vorausgesetzt, ihr schickt uns eure Antwort und teilt diese Folge auch in eurer Instagram Story und verlinkt uns, damit wir das auch sehen. Und wer das regelmäßig macht, steigert natürlich seine Chancen. Ihr wisst. Die Frage der Woche lautet, welche Colab sollte es endlich mal geben? Bastelt euren Favoriten und slide in unsere DMs gerne auch mit einer Sprachnachricht. Wir freuen uns auf eure Antworten. Last but not least. Am Sonntag erscheint Oh Shun Episode 137 und die bereits achte Ausgabe unserer beliebten Reihe Cop or Drop. Erneut habt ihr uns unzählige Sneaker geschickt und uns gebeten, darüber zu sprechen. Eine illustre Auswahl zwischen Kith, Dime, Stone Island und Armour Manier. Außerdem sprechen wir über den Moodboard Turns into Brand Hype und ob und was Travis Scott eigentlich mit Golf zu tun hat. All das und noch vieles mehr am Sonntag um 12 Uhr, ihr wisst. Und der Shoutout in dieser Woche geht an die Aliens, die, wie wir seit dieser Woche ja wissen, hier auf dieser Erde sind. Grüßt euch. Falls ihr Füße haben solltet und Sneaker cool findet, erzählt gerne euren Alien Homies von diesem Podcast. Wird uns freuen. Vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen Trick parat, wie man mal in der Sneakers App gewinnt. Sagt auf jeden Fall Bescheid. Und das waren die O-News für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt den O-News und den O-Shun Podcast kostenlos bei allen Streamingdiensten hören und überall dort auch abonnieren. Folgt uns auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Gut gehen lassen und bis zum nächsten Mal.